Reuelfans weltweit sind in Sorge. Queen Elisabeth II, 95, machte stets einen fitten Eindruck. Ob bei öffentlichen Auftritten oder Terminen im ganzen britischen Königreich, der Monarchin war ihr Alter selten anzumerken. Zuletzt mehrten sich jedoch die Warnsignal, der Staatsoberhaupt griff auf einen Gehstock zurück und ihre Ärzte rieten ihr, auf Alkohol zu verzichten. Dann sagte sie eine geplante Nordirland, Reise ab. Jetzt auch noch diese besorgniserregende Nachricht, die Queen musste ins Krankenhaus. Aus einem Statement des Palastes ging nun hervor, dass es sich bei dem Klinikaufenthalt um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt habe. Nachdem die Regentin ihre Reise nach Nordirland abgesagt hatte, habe sie eine Nacht im Krankenhaus verbracht, hieß es weiter, dem ärztlichen Rat folgend wird die Queen sich nun ein paar Tage ausruhen, nachdem sie sich einigen Routineuntersuchungen unterzogen hat. Mittlerweile sah Elisabeth II. wieder auf Windsor Castle bei London zurückgekehrt, ließ der Sprecher des Palastes verlauten, sie ist wohl auf und guter Dinge. Die Sorgen, die sich ihre zahlreichen Fans derweil machen, dürfte das jedoch nur in begrenztem Ausmaß beruhigen. Tipps für Promiflash? Einfach e-mailen tips-at-promiflash.de